Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM22 und wie versprochen werden wir heute durch den Rest der noch laufenden Saison eigentlich durchpacen. Wir haben ja nicht mehr viel vor, wir haben noch drei Spiele, Bilbao, Real Madrid und Valladolid. Wir sind momentan auf einem sehr, sehr schönen dritten Platz und den würden wir gerne auch bis zum Ende beibehalten. Wir sind momentan punktgleich mit Valencia, weil die auch gerade noch verloren haben gegen Sevilla. Auch der Meisterschaftskampf ist ja noch ein bisschen interessant, da ist momentan Real Madrid, gegen die wir gleich spielen, auf Platz 1. Unentschieden gegen Getafe gespielt, Barca auch nur 1-1 gegen Levante, bleibt also auch da eng. Wir könnten jetzt mit einem Sieg gegen Bilbao halt richtig viel Luft haben. Auf Valencia mal schauen, ob wir das hinkriegen, starten gleich mal und schauen uns eigentlich nur die relevanten Szenen in diesen Spielen an. Dann sehen wir einen guten Ball von Marinov in die Mitte und Cristobal Vicente mit dem 1-0. Das Ganze dann auch das einzig gute Highlight oder interessante Highlight in der ersten Halbzeit. Mit der Führung geht es also rein in die Halbzeitpause, während wir vier Minuten nach dem Halbzeitanpfiff wieder starten. Mit einem schönen Passspiel Vicente auf Peraille und wunderschön gespielt. Wunderschön gespielt. Geiles Tor von Immanuel Peraille, schöne Vorlage von Vicente, aber das Passspiel vorher war so ein Zocker. Andersen, Kognar, Solenki, Vicente und Peraille beteiligt. Bin ich sogar noch ein bisschen mehr, ich glaube da waren sogar noch ein paar mehr dran. Und wir gehen mit 2-0 in Führung gegen Bilbao, die jetzt erstmal einen Eckball haben und leider rankommen. Injaki Williams trifft sehr gerne, auch gegen uns leider, sein 26. Saisontor. Gehen schon in die Nachspielzeit dieser Partie rein. Sunset bekommt den Ball und geht mit dem starken Ball in die Mitte, Pacheco macht das Tor. Es wird auf Absatz geprüft. Das Ganze ist die 91. Minute und wäre der 2-2-Ausgleichstreffer. Aber es zählt nicht. Es zählt nicht und zwar, weil Sunset hier beim Pass von Bravo im Abseits stand und nicht etwa Pacheco bei dem Pass hier. Gut für uns, aber ist noch nicht alles. Nur mal ein langer Ball nach vorne, der nicht durchkommt, schlecht rausgespielt. Dieses Mal wird der Kopfball dieses Mal zum Glück auf Gilhammer gespielt. Das war nicht gut gemacht von der Hintermannschaft von Bilbao und Mikau-Tazze gerade reingekommen, macht den Schlussakt fertig. 3-1. Das Ganze in der 96. bei plus 5. Und das war es dann. 3-1 gegen Bilbao. Das ist richtig stark gewesen. Sau gute Punkte für uns auch. Ein echt ausgeglichenes Spiel. Also wir waren heute schön kaltschneuzig. Genau das gleiche brauchen wir auch gegen Real Madrid, gegen den momentan ersten. Aber jetzt haben wir erstmal eine schlechte Nachricht. Leider, die haben wir verwechselt. Ne, das ist nicht die schlechte Nachricht, sondern eher, dass Joe Herman Ermüdungsbruch in der Lendenwirbelsäule hat. Sehr, sehr unnötig. Aber er hat viele Spiele gemacht dieses Jahr, auch wenn er nicht der super, super Stammspieler war. Trotzdem müssen wir jetzt 2-3 Monate auf ihn verzichten. Natürlich das komplette Saison aus für ihn, auch dann für die anstehenden EM-Quali-Spiele, die wir noch in dieser Folge haben werden. Ja, hoffentlich kehrt die Verletzung nicht zurück. Sowohl beim Arzt als auch beim Spezialisten besteht eine geringe Chance, dass wir die wiederkehrende Verletzung für immer aus der Welt schafften. Da es nicht viel kostet, schicken wir ihn eh zum Spezialisten. Dann gab es leider noch eine Verletzung mit Hugo Boto. 3-4 Wochen auch für ihn. Heißt es dann, draußen bleiben für die verbleibenden beiden Saisonspieler. Haben noch die anderen Ergebnisse. Da spielt Barca jetzt erstmal gegen Atletico. Das ist ja auch noch ein bisschen interessant, ob Barca da rankommt, die momentan 3 Punkte hinter Real Madrid sind. Und wer weiß, wenn die jetzt gewinnen und wir gegen Real Madrid gewinnen, dann geht es mit einem Punkteunentschieden in den letzten Spieltag. Barca gewinnt schon mal beide 86 Punkte jetzt. Wir haben weiterhin 3 Punkte Vorsprung auf Valencia. Und die spielen jetzt gegen Gitafe. Wäre natürlich schön, wenn die dann auch irgendwie Punkte liegen lassen würden. Machen sie leider nicht. 2-0 Gewinne gegen Gitafe. Heißt also, wir sollten nach Möglichkeiten nicht hoch verlieren gegen Real Madrid, die so spielen. Bei uns halt nur ein paar Änderungen. Unter anderem halt Nunes rein für den verletzten Boto. Und natürlich Kognar rein für... Peraille rein natürlich für Jules Hermes. Und Peraille, wunderschönes Tor. Und wir gehen in der 31. Minute mit 1-0 in Führung gegen den momentan größten Meisterschafts-Favoriten. Franco kriegt hier den Ball geschenkt von der Hintermannschaft Real Madrid. Und dann Peraille, wunderschöner Schuss an Courtois vorbei. Ins Glück war dann sogar eher die 32. Minute, glaube ich. Auch hier geht es mit dieser Führung in die Pause rein. Auch wenn Real Madrid das Chancen-Plus hat. Jetzt sehen wir erstmal Bernardo Silva mit dem Ball rein. Und dann sieht es nicht gut aus, was Toriano macht. Und Militao macht den Ausgleichstreffer. Wird noch geprüft vom Schiedsrichterteam. Aber zählt es dann schlussendlich doch. Und da sah Toriano wirklich nicht gut aus. Geht da ein kleines Stückchen nach vorne. Und dadurch kann er wahrscheinlich nicht richtig reagieren für den Kopfball von Militao. Pedro Porro in die Mitte. Kommt nicht an auf Lewandowski. Der bis dato relativ unsichtbar geblieben ist. Da wieder am Ball ist. Einen starken Ball nach vorne spielt auf Ramos. Und Real Madrid macht das 2 zu 1. Auch der Treffer wird wieder geprüft. In der 70. Aber leider zählt auch dieser Treffer. Und Real Madrid dreht das Spiel. Sau starker Ball von Lewandowski auf Gonzalo Ramos hier. Soriano überrascht von diesem frühen Abschluss. Nicht gut für uns. Müssen wieder nach vorne kommen. Fernandes mit einem sehr billigen Ball. Den Real Madrid sehr einfach entschärfen kann. Lange Ball von Milenkovic auf Vinicius Junior. Und dann ist es wieder Ramos. 25. Saisontor. 3-1 Real Madrid. Und die zeigen, warum die momentan auf Platz 1 sind. Und das war es dann auch. Wir verlieren 3 zu 1. Insgesamt auch hochverdient. 29 zu 6 Schüsse. Das war ganz, ganz schlecht von uns. Dann geht es schon auf in den letzten Spieltag. Wir also punktgleich mit Valencia sollten gewinnen. Real Madrid 3 Punkte vor Barca. Vor diesem letzten Spieltag. Achtung natürlich auch so ein bisschen auf diese letzten Ergebnisse, die da reinkommen könnten. Weil der Leach startet mit einem Standard-DNW. Erstmal einen schärfen Konterchance durch. Vicente nimmt Son Yoda mit starker Ball auf Mikrotik. Mit Perai geht es nach vorne. Und dann ist es Vicente, der nach dem Ball von eigentlich Mikrotatze den Ball reinschieben kann. Aber eigentlich auch nicht, weil er unten nicht als Vorlagengeber dasteht, sondern Cristobal Vicente. Also Son Yoda auf Mikrotatze. Den zieht es mit diesem Ball auf Perai auf die Außenbahn. Der geht nochmal in die Mitte. Und dann ist es eher der Keeper, der vor Mikrotatze an den Ball kommt, den Ball aber nicht fest hat. Und dadurch, ja, Vicente die Möglichkeit gibt, den Ball einfach einzuschieben. 1-0 Führung. Auch hier schon wieder. Dieses Mal jetzt Perai in der zweiten Halbzeit mit dem Standard. Und es gibt wohl Elfmeter. In der zweiten Halbzeit mit dem Ball ist drinne. Deshalb wird diesen Elfmeter, den es jetzt auch gibt, Senor Franco schießen. 82. Minute läuft. Und der Ball ist drinne. Und damit macht Senor Franco auch unser letztes Tor in dieser Spielzeit. Denn wir werden dieses Spiel mit 2-0 gewinnen. Souverän, wenn auch nicht perfekt. Und sichern uns damit auch endgültig Platz 3. Das sind die Ergebnisse. Also Real Madrid hat gewonnen. Real Madrid ist Meister. Der Rest interessiert uns, glaube ich, nicht so. Valencia hat da 2-1 gegen Cadiz gewonnen. Schauen wir mal auf unseren Saisonrückblick. Und hoffen, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen was abschauen können in Sachen Finanzen gleich bei der Übersicht. So, erstmal die Neuzugänge. Solenki hat die die beste Note bekommen. Aber der Top-Neuzugang wurde Juan Soriano. Also auch schon wieder ein Winter-Neuzugang. Bei den Abgängen, ja, wurde es nicht so gerne gesehen, dass Jeschi längen geht, obwohl Soriano der beste Neuzugang ist. Auch sehr interessant. Wir haben eine 1-plus für die komplette La Liga-Saison bekommen. Bester Torschützer wurde Mikrotaze mit 15 Toren bei uns. 100%ige Auslastung des Stadions. Das wird sich nächstes Jahr auch ein bisschen ändern, wenn wir unser neues Stadion haben. Platz 3 am Ende. Punktgleich mit Valencia war sehr gut. Und, ja, leider in der Europa League ausgeschieden im Viertelfinale. Genauso wie gegen Eber in der Copa del Rey. Unser höchster Sieg war in der Copa del Rey in 7-0. Denkwürdigste Spiel waren 5-0 gegen Klub Brügge. Und unser Tor der Saison war von Soniora gegen Cadiz. Das zwischenzeitliche 1-0 in der 62. Minute. Mal gucken, was das für ein Tor war. Boto auf Soniora und der mit einem flachen Weitschuss links und rein. Ja, das Ganze am 31. Januar. Ich glaube, da haben wir schon fast ein paar schönere Tore gemacht. Aber, nee, ist halt so. So, Finanzen sehen dann doch leider nicht so schön aus, wie ich es mir erhofft hätte. Preisgelder sind natürlich hoch durch die Europa League, aber sonst, ja, nicht ganz so geil. Weil das ist unsere Elf der Saison, beziehungsweise die Elf, die am häufigsten aufgestellt wurde. Gibt keinen Rekordbrecher. Auszeichnung für mich gab es nur den Trainer des Jahres für die vorangegangene Saison, glaube ich. Und einmal Manager des Monats im Oktober. Hier gibt es auch nicht so viel Interessantes. Hatten wir alles schon gesehen. Und, ja, das war's. Dann können wir jetzt eigentlich den Saisonübergang machen. Rekord hoch, war auch schon klar. Hatten wir auch schon vorher gesehen, die News. War natürlich schön. Platz 3, so gut war man nie. Aber, ja, wenn das halt erstes, dritte Jahr in der Liga ist, dann ist das auch nicht so schwer. Ansonsten, beste Elf aller Zeiten. Ist nicht so viel Neues, glaube ich, drin. Das wird dann, glaube ich, auch erst interessant werden, wenn wir zum Ende des Safes da sind. Saisonrückblick hatten wir gerade schon gesehen. Und, ja, dann schauen wir noch auf die Saisonziele. Die wir eigentlich auch nur noch abnicken werden. Dann, Caradenas war der Spieler, der am längsten ausgefallen ist. Bin Manager des Jahres geworden. Und das hier überskippen wir. Ja, wird schon passen. Alles in dem Mittelfeld sollen wir dann nächstes Jahr Gruppenphase erreichen. Champions League werden wir auch wohl schaffen. So, was sagen wir denn? Wir sagen, dass wir nicht gegen den Abschied kämpfen müssen. Ja, die wollen mehr Ehrgeiz haben. Hätte ich nicht gedacht. Aber, ist schon klar. Dann die obere Tabellenhälfte. Nehmen sie an. Dann, ansonsten, Hauptrunde der Champions League. Oh, finden sie auch nicht gut. Okay, dann natürlich, ja. So, so, so. Dann schönen Urlaub und wir sehen uns dann. Das war's. So, und da sind wir jetzt erst mal wieder richtig live und wollen noch unsere beiden Europameisterschaftsqualifikationsspiele machen, die wir hoffentlich gewinnen werden gegen Belarus und gegen die Faroe-Inseln. Wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Vielleicht droppen ja Belgien und die Türkei noch irgendwo Punkte, dass man vielleicht auch so ein bisschen hoffen kann. Die Tendenz ist dann natürlich eher schwer. Es gibt übrigens auch gleichzeitig noch das Halbfinale der Nations League, aber ich glaube, die ist uns gerade ein bisschen wurscht. Ich habe schon aufgestellt, nachdem ich auch schon meine Nominierung durch habe. Viel hat sich da jetzt nicht geändert. Ja, was ist erwähnenswert? Iago ist dabei, aber spielt nicht, weil er gesperrt ist. Sicardo wird da links hinten spielen. Barbera spielt, anstelle von Gilherme, der ja auch verletzt ist und deswegen nicht mitgekommen ist. Vicente und Rigeros heute auf den Außen fuhr nach vorne. Denen wir dann immer noch verpflichten wollen als Stürmer. Mal gucken, es sind vier Änderungen, die wir haben. Die drei, die raus sind, sind Boto, Valles, Acosta und Gilherme. Gucken wir mal, wie es gegen Belarus läuft. Ich habe absolut keine Ahnung, ob Belarus irgendeinen Spieler hat, der erwähnenswert wäre. Müssten wir gleich mal schauen. Hoffen wir mal auf das Beste und gewinnen dieses Spiel am besten gegen Belarus. Was haben sie denn so? Zeig mal. Deren bester Spieler ist Ilya Shkurin von ZSK Moskau. Der kann sogar was. Er ist ein Stürmer, das wird also gefährlich, wenn er spielt. Sonst haben wir gar nicht so viel gescoutet von denen, was natürlich GG ist. Die haben gewonnen gegen die Vorhörer Insel mit 3-0 und davor 6-2 verloren gegen Belgien. Dann gucken wir mal, wie das so läuft. Hoffentlich gut. Skurin spielt. Beim Rest habe ich jetzt nicht so geschaut. Aber ich glaube, die könnten auch was. Also wir müssen aufpassen. Momentan auf Platz 3, äh Platz 4 nach den ersten drei Spieltagen mit 4 Punkten. Nach der Niederlage gegen die Türkei leider. Oder nach aktuell drei Spieltagen. Das Ding hier ist ja noch nicht ansatzweise vorbei. So, wir haben die erste Chance. Lopez. Aber leider auf die Latte. Kommt mittlerweile jetzt ein bisschen besser ins Spiel rein. Anfang war nicht so stark von uns. Icai Vardes heute hinten im Tor. Da ist Barbara und Sicardo. Ich sende. Ungewohnte linke Außenposition für ihn heute. Aber Trigeros ist leider nur gut auf der rechten Außenbahn. Da ist er gleich mal. Da ist Trigeros. Hat den Ball von Davin Nunez bekommen. Flakki in die Mitte. Oh und Funes. Ich wollte erst Funes sagen. Aber es ist natürlich Javi Funes. Sehr schön. Wir sind in Führung. Und Javi Funes macht das Ding. Trigeros und Nunez zusammen. Dann ein schöner Ball. Starker Kopfball von Funes. Genau deswegen möchte ich ihn auch gerne haben. Damit er sich noch ein bisschen besser entwickelt. Wenn er schon der einzige kompetente Stürmer ist. Den wir im kompletten Land haben. Bis wahrscheinlich dann Kollege Vargas. Vielleicht was wird aus unserem Youth Intake. Wobei der ja leider auch nicht wahnsatzweise schnell ist. Funes hat 13 und 12 in Sachen Antritt und Schnelligkeit. Also das ist wenigstens etwas. Wenn man die beiden halt fusionieren könnte. Dann wäre das schon gut. So Barbara. Auf Pablo. Macarillo und Lopez. Erstmal die ganz sichere Variante hinten rum. Die 56. Minute läuft. Da ist Sicardo. Belarus presst nicht wirklich effizient. Wollte ich sagen. Aber das wäre fast schief gegangen. So Nunez hat eben schon das Tor mit eingeleitet mit Trigeros. Da ist auch Trigeros wieder. Ja der probiert es mal. Ich glaube das hätte er lieber in die Mitte legen sollen. Wales war sogar in Führung gegen die Türkei. Das wäre halt richtig gut gewesen für uns. Jetzt hat die Türkei leider den Ausgleich gemacht. Aber für uns vielleicht. Oh 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 oh. Lopez. Juli. Nice. Vielleicht für uns so die Chance zu sehen. Ja die Türkei könnte auch Punkte droppen. Ich glaube Belgien ist so oder so. Auf jeden Fall Favorit hier in diesem. In dieser Gruppe. In dieser Quali Gruppe. Aber die Türkei. Die sind gerne mal so ein bisschen auch im FM so. Dass die mal Punkte droppen. Wo es unfassbar unnötig ist. Wie sie es auch in echt machen. Ist eine dieser Nationalmannschaften. Die ihr Potenzial gerne mal nicht komplett abruft. Von dem was ich immer so sehe. Im Gefühl habe. Gibt es ja einige. Ist immer ein bisschen schwierig. Österreich die zum Beispiel auch gerade hier in Führung sind. Ist auch eine dieser Mannschaften die ich dazu zähle. Belgien übrigens 5-0 in Führung. Gegen die Faroe Inseln. Und das sieht gut für uns aus. Das sieht sehr gut für uns aus. Lopez mit dem Freistoß. Und der wird erstmal geklärt. Ich würde sagen wir wechseln. Und bringen Roche Valles rein. Und dann noch. Wen hatte ich mitgenommen. Barbara ne. Barbara. Barbara hier ist er. Der ja zu uns wechseln wird. Also Barbara und Barbara. Die beiden die heute. in dieser kurzen Nationalmannschaftsphase eingeplant sind als Zehner. Werden wir nächstes Jahr bei uns in dem B-Team zusammenspielen. Ich werde dann höchstwahrscheinlich nochmal nach der... Oh, Sicardo pennt komplett rum. Oh, ein starkes Ding von Juan Fernandes. Zweimal saustark geklärt. Ich werde dann höchstwahrscheinlich, würde ich sagen, nach dieser Länderspielphase nochmal neu bewerten, wer wo spielen sollte. Je nachdem wie das der Mitchell-Hermel läuft auf der Box-to-Box-Position in unserer Clubmannschaft. Wir werden dann mal schauen, ob das hier auch Sinn macht, ne. Ansonsten vielleicht wirklich mal auf so falsche 9 mäßig gehen. Mal gucken. Ui. Sicardo probiert's mal. Aber wir werden dieses Spiel gegen Belarus gewinnen. Das ist sehr, sehr schön. Also momentan sieht's noch gut aus. Die Türkei, ne, das war so ein bisschen blöd. Aber die haben wirklich nur unentschieden gespielt. Aber da kann noch was gehen. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt geht's erstmal gegen Tivariya-Inseln, die ganz schlecht sind. Und danach werden wir höchstwahrscheinlich mal ein bisschen Kaderplanung für die Clubmannschaft machen. Weil dann ist ja quasi Sommerpause für uns. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich nehme jetzt diesen Part hier nämlich als erstes auf, bevor das, was jetzt gerade zuvor kam, so kam. Aber ich glaube, ich werde die Spiele nur kurz zusammenfassen. Ich hätte mir auch irgendwo aufgeschrieben, was ich machen muss. Ah, genau. Warte, ich habe Ergebnisse, Relevanz fürs Spiel. Gilherme verletzt die Hugo Boto-Verletzungen. Fernandes hat was gewonnen. Und die Season Awards. Ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern. Ja, Barbara, ich glaube, du wirst den Kaderplatz auch gerne behalten können. Ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern, weshalb ich wahrscheinlich noch gar nichts über den Kader gesagt habe. Deswegen werde ich da gleich mal drauf kommen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Faroe-Inseln. Ich meine, die Faroe-Inseln sind wahrscheinlich stärketechnisch ähnlich einzuranken wie San Marino, gegen die wir uns ja ein kleines bisschen schwer getan haben. Also da waren wir ein bisschen blöd gegen San Marino, die jetzt übrigens gerade gegen Rumänien spielen, während Boto wieder im Training ist und unsere Trainingseinrichtungen beim Club verbessert wurden. Sehr schön. Und San Marino hat immerhin ein Törchen gemacht. Okay, einfach unser komplettes Land spielt einfach gegen Aserbaidschan am 14. Die U21 gegen die U21 gegen die U21, die U19 gegen die U19 und die U18 gegen die U18. Auch ein bisschen ulkig. Jetzt mal gucken, wie das so läuft mit der Fitness. Ich habe so das Gefühl, die Fitness hier bei den Länderspielen ist ein bisschen härter zu uns als bei den Club-Spielen. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht wieso, also ich weiß nicht wieso das so kommt. Ich weiß schon, warum ich das fühle, weil es glaube ich auch so ist. Mal schauen, wie die Fitness jetzt gleich aussieht. Wahrscheinlich Vorführeffekt und alle sind komplett fit. So, und England ist neuer Nations League Meister, hat das Finale 1-0 gewonnen gegen Frankreich. Spanien hatte dann vormittags, nachmittags, früher nachmittags das Spiel um Platz 3 mit 3-0 gewonnen gegen Deutschland. Und wir haben schon den Saisonübergang. Wir müssen keine zusätzlichen Steuern zahlen. Einnahmen gehen alle hoch, das ist richtig gut für uns, weil ich glaube dadurch wird auch unser Budget-Cap höher gehen. Wir haben die meisten Tregos verkauft, dann Perai, dann Solanqui, Vicente, Sonora. Wir kriegen insgesamt 1.000.000 aus Verkäufen von Merchandise. Aber wir haben jetzt noch das Spiel gegen Vorwärmseln, also noch ist hier nicht alles komplett vorbei. Wir enden gerade einige ihre Karrieren, wobei ich nicht weiß wer Soriano sein soll ehrlich gesagt. Mir würde jedenfalls keiner einfallen, der für Real spielen kann. Ich glaube Roberto Soriano gibt es noch, ne? Der müsste es auch so, der wird ja wohl nicht bei Real Madrid spielen, oder? Ne, der spielt bei Pumas. Also, Tendenz eher nein. Ach, es ist ein Scout mit Antonio Soriano. So, Faroe Inseln. Fitness, wobei, sieht besser aus als gedacht. So würde das glaube ich auch aussehen nach einem Klubspiel, also von daher wurde ich mal wieder Lügen gestraft. Ah, Barber. Ich würde es glaube ich erstmal so lassen. Ich würde Boto reinnehmen und das war es dann. Oh, ich habe, ja, ja. Ich habe jetzt Iago vergessen. Ich doof. Aber er sollte nicht so viel ausmachen. Auf geht's, Boys. Faroe Inseln müssen wir besiegen, wenn wir irgendwie ansatzweise was zu sagen haben wollen in dieser Gruppe. Gut zu sagen haben, wenn wir hier nichts. Das wird eher so ein kleiner Piep sein, den wir mal von uns geben. Funes. Ja, das ist dann schon eher Funes. Türkei, oh, liegt hinten gegen Belgien. Wir könnten also nach diesem Spieltag einfach auf Platz 2 der EM-Quali sein. Vicente macht das Kopfballtor. Trigeros mit der schönen Flanke auf den langen Pfosten und Vicente, sein Kollege auf der anderen Außenbahn, mit dem Kopfballtor. Ja, sieht schön aus, ne, aktuell. Platz 2. Das war jetzt ein bisschen billig, aber ich glaube, das kann man nicht anders erwarten von unserer Mannschaft. Vicente wird schießen wahrscheinlich. Oh, er wird gefoult. Gibt für uns jetzt die schöne Chance hier 2 zu 0 in Führung zu gehen. Juan Fernandes schnappt sich diesen Elfmeter. Und macht ihn souverän rein. Das sieht sehr gut aus. Wir führen 2 zu 0 nach 16 Minuten. In diesem Jahr eigentlich doch wichtigen Spiel, ne? Dürfen wir ja nicht vergessen. So lustig, wie das auch klingt, aber das ist ein absoluter Pflichtsieg für uns, den wir auch unbedingt einfahren müssen. Oh, Vicente. Oh, schön stark gespielt. Okay, das Ding werden wir gewinnen. Steht 3 zu 0. Dann kann ich vielleicht doch schon mal ein bisschen über den Kader reden, ne? Ich glaube, ich habe jetzt, auch wenn es ein wichtiges Spiel ist, ich glaube, wir wissen jetzt schon, dass wir gewinnen werden, oder? Furnas kriegt diesen Ball geschenkt von Ike Alvarez und macht ihn leider nicht rein. Also, ja, was hatte ich gemacht? Der Kader, der steht jetzt quasi eigentlich. Wäre natürlich schöner, wenn ich ihn, wenn ich den euch in der Übersicht zeigen könnte, aber Ike Alvarez lässt nochmal einen rein. Wird das hier wohl doch noch kurz ein bisschen gefährlich für uns werden? Anscheinend ja, okay. Wir reden nicht über den Kader. Wir müssen die Mannschaft gerade zusammenhalten, die komplett auseinanderfliegt. Zwei Gegentore innerhalb kürzester Zeit. Und ich dachte, das wird hier easy peasy. Ah, da kommt schon der nächste Angriff. Dieses Mal hat Alvarez den Ball. Muss er auch ehrlich gesagt haben. Hätte ich aber auch genauso behauptet für die anderen beiden Dinger, die er gerade kassiert hat. Schöner Ball, Funes. Ah, okay, dafür hat er die Technik. 4-2. Sechs Tore innerhalb von 28 Minuten. Okay. Was ist Verteidigung? Währenddessen Belgien immer noch in Führung gegen die Türkei. Aber es ist ja auch noch ein paar Minütchen um, seit ich mir das letzte Mal aufgeguckt habe. Vicente, meine Güte, was ist denn jetzt hier los? So viele Szenen. Und noch die nächste, gleich in der 30. Szenen, dieses Mal hat Alvarez den Ball gut gehalten. Der Freistoß war jetzt nicht so überragend. Aber ich glaube, auf dem Niveau, welches wir haben, kann das schon gefährlich werden für Ika Alvarez, der ja auch nur Vierte Liga spielt. Ah, Kiesing muss aufpassen. Wales ist mittlerweile auch in Führung. Mit 3-0 gegen Belarus. Das war aber auch erst deren erster Dreier. Frankreich momentan auch. Na gut, die haben nur zwei Spiele wegen der Nations League. Werde jetzt hier mal nicht komplett haten, weil am Ende des Tages haben wir immer noch vier Tore gemacht. Allerdings auch bisher drei kassiert. Wie nimmt er den Ball denn mit? Will er den Ball einwerfen, oder was? Eieiei, also hinten ist heute schrecklich. Das Ding hier ist ja auch noch lange nicht vorbei, leider. Hätte ich so nicht erwartet, nachdem wir ja so früh in Führung mit 3-0 waren. Jupp, 4-4. So, wir werden mal wechseln, ne? Ich glaube, das ist überfällig. Mich nervt es ein bisschen, dass ich jetzt Iago nicht mitgenommen habe. Cicardo kommt, äh, Quatsch, Ninjas kommt dann für Cicardo rein. Einfach vier Gegentore kassiert. Es sind einfach acht Tore bisher gefallen und ich glaube nicht, dass es das war. Vicente muss den Ball gut in die Mitte spielen. Die ist jetzt nicht so überragend gewesen, die Flanke, die er versucht hat. Schade. Letzter Wechsel wird bei mir Alavedra sein, der reinkommt für Pablo. Furness schnappt sich den Ball. Bisschen alleine gelassen jetzt da vorne. Trigeros macht das 5-4. Was ist denn hier los, Leute? Ich komme nicht ganz klar auf dieses Spiel. Nach dem 3-0 schon gesagt, ja, das ist easy. Wollte schon über den Kader reden und jetzt sind hier einfach neun Tore gefallen insgesamt. Und ich glaube weiterhin nicht, dass es zu Ende sein wird. Ich hoffe nur, dass wir das 6-4 machen, damit wir ein bisschen safer wieder sind. Barber. Ja, guter Ball auf Funes. Funes Trigeros. Es sind einfach zehn Tore gefallen. Was ist denn hier los, ey? WTF? Können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen chillen mit den ganzen Szenen? Und dann wahrscheinlich nach dem Spiel einfach die Mannschaft mit den meisten Toren bisher in dieser Gruppe. Und den meisten Gegentoren. Türkei hat den Ausgleich gemacht gegen Belgien. Ist für uns auch nicht so schlecht, ne? Dann ist es nur ein Punkt auf Platz 1. Aber über die Defensive muss man heute reden, Jungs, ne? Also, vier Gegentore gegen die Faroe-Inseln, die wahrscheinlich so viele Tore in einem Jahr erst machen. Jetzt gibt's vielleicht sogar noch das fünfte. Erstmal nicht. Barber mit einem Hochrisiko-Tackle. Aber... Kommt ihr durch? Die sind wahrscheinlich alle schon im Urlaub, ne? Aber darf trotzdem nicht passieren. Ui... Das war knapp. Ja, äh... Ein lockerflockiges 6 zu 4. Jungs, das war absolut dreckig, ne? Also, ich meine, die Spieler, die gut gespielt haben, die lobe ich gerne. Die werden jetzt eh verwirrt sein. Ja, größtenteils. Aber was war denn das hinten? Also, bitte. 6 zu 4? Und wir sind auf Platz 2. Ein Punkt vor der Türkei, ein Punkt hinter Belgien. Hm. Schwierig, ne? Wird schwierig. Linder-Spielzeit endet. Vicente wird dann im nächsten Spiel leider gesperrt sein. Das wird dann... Oh, das wird dann gegen Belgien sein. Oh, und Lewandowski hört auf. Aber erst nächstes Jahr. Hey, okay. Okay, äh... Jo. Jo. Das war... Das war sehr interessant. So, okay. Kommen wir mal zum FC Andorra. Also, wir sind mitten in der Sommervorbereitung. Ich möchte nächstes Jahr in der Vorbereitung mal was Neues probieren. Ich habe unser 2-4-3-1 ein bisschen umgestellt. So werde ich in der Vorbereitung ein bisschen testen. Ich würde das gerne des Öfteren nochmal probieren. Aber dazu wollte ich jetzt eigentlich nicht kommen, sondern zu der Kader-Tiefe. Der Kader, der steht jetzt. Da steht jetzt alles fest, was ich machen möchte. Und zwar sieht das... Äh... Warum sind die... Achso, wegen dem verdienten Spielen. Das sieht jetzt so aus. Im Tor. Klar. Und jetzt... Rechts ist auch klar, dass Boto und Neues spielen werden. Hinten rechts Fernandes und Casas. Und dann hier Andersen und Pablo. Linksverteidiger ein Nuri und Engessan. Auf der 6. werden Franco und Iglesias eingeplant sein. Auf der 8. sind... Kong-Na und Gilherme eingeplant. Auf der Metsala-Position sind Soniora und... Wo sah? Perai. Hier, Perai eingeplant. Links außen Kueyo, Marinov. Dann rechts Vicente und Kavic, der bleiben wird. Und vorne plane ich mit Solenki und Mikotaze. Warum? Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir uns noch einen guten Leih-Stürmer... Äh, Quatsch. Einen guten Jugendstürmer holen, den wir dann verleihen. Und dann haben wir im nächsten Jahr die Auswahl... Aus Solenki, Mikotaze, Arribas... Eventuell Vargas, aus unserer U19 schon... Vujosevic und halt diesen neuen Spieler, den wir uns holen. Und da muss ja dann wirklich ein überragender schon dabei sein. Und ich glaube, es ist nicht wirklich argumentativ, wenn man sagt, dass wir jetzt einen mit 17 und 4 in 24 rausnehmen. Oder einen Spieler rausnehmen, der halt im Endeffekt 18 und 4 in 46 hatte. Das sind immer noch richtig, richtig gute Werte für uns. Deswegen würde ich das ungern machen. Und deswegen mache ich das logischerweise auch nicht. In der U19 und in der... B-Mannschaft, zeige ich euch das mal kurz durch. Im Tor, U19, Jesus Perez aus dem letzten Tag. B-Team Salinas. Oliveira möchte ich dann verleihen. Rechtsverteidiger ist es... Jose Carlos in der B-Mannschaft. In der U19 Alba und Richard. Innenverteidiger sind im B-Team Pablo, der ab und zu mal auss hilft. Francisco Moreira Benali, der kommen wird. Dann U19. Innenverteidiger Manuel Salas, Mayre Miranda. Linksverteidiger haben wir dann Cicardo Garcia in der B-Mannschaft. Und Rijo Cardenas, U19. Auf der 6 sind in der B-Mannschaft Nugues und Ribeiro eingeplant. Poejo in der U19. Auf dieser 8. Position sind Julian Lopez eingeplant in der B-Mannschaft. Der aber auch ab und zu in der 1. Mannschaft dabei sein soll. Und Cabrera in der U19. González, der... Ich glaube, das ist... Nee, es ist nicht Velasco. González und Rodríguez. Auf der 10. Position. Barbara und Barba in der B-Mannschaft. Und Velasco in der U19. Dann haben wir rechts Ibanez. Da bin ich sehr gespannt, wie der so wird in der kommenden Saison. Und... Antonio Luis Perez. Sowie in der U19 Lopesch und Kondé. Links Rato Muniz. Und in der U19 Regina und Marquez. Vor einem Sturm haben wir dann Varder. Dann soll ja noch Javi Funes kommen. Und in der U19 Vargas. Heißt für uns, wir möchten uns jetzt einen Stürmer holen. Für knapp 10 Millionen. Die scout ich momentan. Ich glaube, die Scouting-Berichte sind nicht durchgegangen. Super Scouts. Dann gehen wir einfach mal zwei Tage nach vorne. Dann wissen wir schon wieder ein bisschen mehr. Aber ja, ich hätte, glaube ich, ein bisschen... Mehr gemacht, hätte ich mehr Geld bekommen. Aber der Zug ist ja abgefahren. Verkaufen werden wir dann Olmedo, Jean-Ruiz und Leland. Und verleihen werden wir Arribas, Vujeszewicz, Ian, Valles und Oliveira. Weil ich habe schon gesehen, dass es deutlich mehr Sinn macht, Valles zu verleihen, weil er seine Werte einfach so viel mehr steigern kann bei Malaga als komischerweise bei uns. Obwohl wir die besseren Trainingseinrichtungen haben. Jetzt ja sowieso. Aber ja, ist halt so. Unser Stadion dürfte dann auch gleich fertig werden. Da freue ich mich schon drauf. Engestan erhält Berufung für die Elfenbeinküste. Und West Brom möchte Juan Fernandes haben. Aber Juan Fernandes hat keinen Bock auf die. Sind eh nur 24,5 Millionen. Das ist ja lächerlich. Angebote für Boto lehne ich mal ab. Ich glaube, wir hatten gesagt, wir werden ihn verkaufen für 4,5 oder so. Da war das Olmedo. So oder so werden die Spieler ein bisschen haten dieses Jahr. Aber es ist halt so. Ja, das war Boto. Also der wird richtig haten, weil wir 4,5 Millionen gesagt haben. Das war mein Fehler. Valencia möchte meinen Physio haben, der nur 17 hat. Das ist okay. Können sie gerne haben. Der hat eh keinen Vertrag. Finde ich schon einen besseren dann im Sommer. Ja, Boto, ich bin ein Narschlauch. Ja, ich habe meinen Versprechen nicht gehalten. Was kann ich hier halten? Ja, tut mir leid. Ist halt so. Ne, tut mir leid. Sorry. Ich weiß. Das war halt mein Fehler. Das war mein Fehler. Roger Schmidt möchte ihn unbedingt haben. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. So, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Scoutingberichte. Viel würde ich ja noch gar nicht mehr machen. Also eigentlich nur noch den Stürmer holen. Oder halt quasi den Vertrag fix machen. Der wird ja dann hoffentlich kommen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass dann irgendein Verein wieder ankommt. Ne, Liverpool U18. Und die dann sagen, der ist aber interessant. Da machen wir mal auch ein Angebot. Würde ich dann nicht so schön finden. Ich glaube, bei Javi Funes wird es noch ein bisschen zu früh sein, da anzufragen. Wir hatten ja gesehen, dass er im April, meine ich, seinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ich glaube, da müssen wir bis zum August warten, bis wir da mal mitmachen dürfen in Sachen ihn verpflichten. Ja, ansonsten wird es, glaube ich, ein entspannter Sommer. Viel taktisch planen, denke ich, weil der Kader schon feststeht. Ich traue dem Kader eigentlich auch schon zu, dass er gut spielen kann. Also auch mit Pedai als jetzt Zehner, das wird schon irgendwie. Hoffe ich. So, wer wird der Stürmer? Das sind die Jungs, die wir haben. Die haben alle volles Potenzial, also größtenteils. Wir haben einige dabei, die kein EU-Spieler sind, wie beispielsweise hier Jorge Perez. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Aber erst mal muss ich hier rausfiltern, wer wohl keinen Bock hat. So, das sind nur noch sieben Spieler. Die Frage ist, wer wird hier wohl der GOAT werden? Wir haben nur einen 17-Jährigen mit Wayne Davidson. Dann haben wir nur einen 18-Jährigen mit Jorge Perez. Der Rest ist 19. Ich glaube, wir könnten schon so ein bisschen auf die Werte gehen. Bettencourt wird ein bisschen sehr teuer, genauso wie Ambrani. Der Rest wäre wohl machbar mit ein paar Abstrichen bei Ammoa. Die Jorge Perez ist am billigsten. Joel Mendes und Davidson und Diego Eli. Eli? 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 Diego Eli klingt irgendwie geiler, finde ich. Sind etwas billiger. Abschluss nur 8 bei... Okay. Das habe ich anscheinend nicht vorher rausgefiltert. Das ist dann doch ein bisschen zu wenig. John Mendes sieht schon echt gut aus, ne? Unbeschwerter Persönlichkeit und Inkonstant. Irk. Der wird verliehen, ne? Also der müsste schon Grundvoraussetzungen haben, die gut sind. Wayne Davidson sieht auch sehr interessant aus. Jorge Perez. Yummy Werte. Sehr, sehr yummy. Oh, fuck. Der sieht gut aus. Mental muss er noch ein bisschen aufholen. Ah, fuck. Der sieht richtig gut aus. Ich sehe nicht wirklich viel Negatives bei ihm. Einsatzfreudeentscheidung, aber das kriegen wir hin. Der ist halt 18. Oh, der sieht richtig gut aus, der Jorge Perez. Dann haben wir Mauer. Der auch richtig gut aussieht. Tendenz dabei, er hat so einen echt spielenden Stürmer, ne? Was ja auch gut ist für unsere Taktik. Aber auch Inkonstant. Triss Amrani. Oh, der sieht schon fast ein bisschen... Oh, der sieht richtig gut aus. Ich nehme mal... Ich nehme mal Mendesch an der Mauer raus. Oder erstmal nur an der Mauer raus, weil der ist ja echt teuer und dann ist er inkonstant. Mendesch war eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf, dass er inkonstant ist. Sehr verletzungsanfällig hier bei Bettencourt. Das ist mir dann zu riskant für die 18,5 Millionen. Triss Amrani. Oh, fuck, hat der gute Werte. Das macht mich schon ein bisschen... Bisschen an, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir den jetzt mal vergleichen mit... Kollege... Jorge Perez. Perez ist hier halt teilweise besser so passen und sowas, ne? Ach, mental. Mental ist Dries Amrani richtig, richtig gut. Puh. Ist es eigentlich wirklich Dries? Also, ist es nicht Driss? Driss? Ich meine, Dries haben wir mit Mertens, ne? Ist Mertens irgendwie so halber... Was ist denn das? Marokko? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, ne? Mertens, der sieht so ur-belgisch aus. Der hat vielleicht... Niederlande als zweite Nation oder so. Nee, er wurde aber in Belgien geboren und sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, Dries ist einfach aus normaler Vornamen in Belgien und Niederlanden. Triss... Er sieht schon hart geil aus, ne? Wäre aber halt echt teuer. Mendes sieht auch nicht so schlecht aus. Aber mich macht das ein bisschen... ...stutzig, dass er halt nicht konstant ist. Und er ist halt 19, ne? Er wird verliehen. Wir können das nicht mit Mentoring ausgleichen oder so. Würde ich ihn eher rausnehmen. Also, einer dieser drei soll es schon werden. Amrani gefällt mir da schon sehr gut. Peres allerdings auch. Bei Amrani ist halt das Positive, dass er EU-Spieler ist. Da würde ich dann auch nochmal gerne ein paar Millionen mehr zahlen. Allerdings sind das halt 12 Millionen Unterschied. Mindestens. Wayne Davidson... Ach ja, ist halt nur nicht die EU. Wer von euch hat wohl das größte Talent? Davidson hat halt nur 1+, ne? Dafür kann er jetzt noch nicht so wirklich viel. Ist aber auch erst 17. Amrani ist 19. Wann denn eigentlich? Der ist am 28.06. Also, der wird gleich sogar 20. 27 ist der Achter. Gut, der wird auch gleich 19. Und Davidson... Der wird gleich auch 18. Wer ist hier interessiert? Oh! Okay, ganz ehrlich, ne? Ich spiele den FM lang genug. Wenn ich sehe, was da interessiert ist, dann weiß ich, dass er riesiges Potential hat. Okay. Dann schauen wir mal, ne? Da werden eh dann gleich alle anderen ankommen. Deswegen werden wir wahrscheinlich Amrani nicht bekommen. Aber ja, dafür muss ich mein komplettes Budget ausgeben, weil der Typ ist ein brutaler Spieler. Quasi Baller, aber richtig, hey. Boah. So, ich biete mal 11 Millionen. Das wird sich jetzt ein bisschen ziehen, aber das machen wir jetzt halt noch. So, Gegenangebot. 15,5. Okay. Das ist, ehrlich gesagt, noch komplett im Rahmen, weil er das, glaube ich, schon wert ist. So, machen wir mal wieder 11 Millionen. Und dann würde ich sagen, nach Ligaeinsätzen 40 und 50 gibt es jeweils eine Million. Okay, sie möchten 15,15 wieder haben. Dann machen wir auf die glatten Summen und sind dann bei 15 Millionen. Und das nehmen sie dann an. Mal schauen, was er haben möchte. Unser Scout meinte, unser Scout meinte, dass das wohl 3,9 bis 5,7 werden. Das wird eher so auf 15 gehen, mindestens. Rotationsspieler, jo. Spanisch lernen tust du auch. Nice, jo. Ne, wir müssen mal wieder unser Budget anpassen. Ich werde mal auf 13 am Anfang gehen. Ich habe da so das beste Gefühl, dass es genau in diesem Sweet Spot ist, zwischen er geht auf Orange und es ist zu wenig. Wie viel machst du denn da direkt am Anfang? Machen wir mal 2.000 und 1.000. Locke ich mal noch nicht und 5.000 Euro beim Tor und 5.000 Euro bei der Vorlage. Ui. Ja, Sweet Spot, ne? Klar, natürlich. Scheiße. Aber das ist er halt wert, ne? So, kriegen wir das hin auf 30.000 Euro? Ich mache mal 28.000 Euro. Boah, das wird richtig schwierig. Ich hasse das so sehr, wenn man den Vertrag selber aufsetzen muss. Das ist immer so nervig. Das ist immer so krass nervig. Okay. La Liga gibt 300.000 Euro. Champions League gibt 600.000 Euro. Coppa del Rey gibt 150.000 Euro. Auflaufprämie machen wir mal 5.000. Wir brauchen jetzt eh nicht locken, weil es ist ja alles schon gelockt. Länderspiel machen wir mal 6.000 Euro. Torschützenkönig gibt 200.000 Euro. Team of the Heat-Premie gibt 100.000 Euro. Vorlagen und Tore gehen jetzt auf 8 hoch. Ersatzspieler, ja, 2 für hoch. Das wollte ich nicht. Erführe schon. Nach 20, ja, wobei, gefällt mir nicht. Nach Länderspielen würde ich dann eher nehmen. Gut, er ist halber Marokkaner, ne? Das kann sehr gut passieren, dass er die macht. Nach 5 Spielen geht es dann auf 32.000 hoch und nach 10 Spielen, okay, da muss ich erst die höhere Summe nehmen, geht es auf 35.000 Euro hoch. So, 20 Tore und Vorlagen, also ohne Vorlagen, 50, dann 75 und bei 30 gibt es dann 150.000 Euro. Hier gehe ich runter auf 115 und das wird er ablehnen. Ja. Scheiße, ich hasse das so sehr, einen Vertrag aufzusetzen. Es ist so eine ekelhafte Scheiße immer. Ja, dann wird es Roche Perez. Ich hasse das so sehr. Ich hasse es wirklich so sehr. Es ist das Allerschlimmste im FM. Ja, easy. Ja, na gut, schade. Ein großes, großes Talent nicht bekommen. Ja, dafür holen wir uns jetzt Roche Perez. Der ja auch kein schlechter sein wird. Der ja auch ein bisschen ordentlich Talent, auch wenn bei ihm leider nicht so viele interessiert sind. So, für 12.000, da wird auch keiner mehr interessiert sein. Vielleicht können wir es dann nochmal am Ende probieren bei Amrani, wenn da, wenn da, ja, jetzt nicht so viele Angebote reintrudeln. Kann ich mir aber leider beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wir können nochmal bei Javi Funes anfangen, vielleicht hat er doch jetzt schon Bock. Schade, ey. Ist mir ein großes Talent durch die Lappen gegangen. Aber so ist es normal manchmal. So, Javi Funes. Mal schauen, ob er mittlerweile Bock hat. Vertrag hat er unterschrieben. Anfang April und er hat Bock. Okay. Stammspieler. Ja, du bist natürlich Cutie, ne? Haha, ja. Bestimmt. Brudi, du wirst... Ja, boah, ey, was ist er denn für eine verpeilte Nuss? Was denkt er denn, was er ist? Ich habe halt zwei Spieler, die halt schon richtig viele Tore gemacht haben in La Liga. Und dann denkt er mit seinem Kack-Ein-Länderspiel-Tor, dass er da irgendwie was reißen kann oder was in meiner Mannschaft als Stammspieler. Gut, das nehmen wir uns dann also auch für die nächste Folge. Also bitte, ne? Also, bitte. Unglaublich. So, Jorge Perez. Ich würde erstmal noch verschieben. Solange nichts mit Amrani kommt. Dann mache ich jetzt noch... Ich mache noch einen Cut, ja? Vielleicht geht da noch was mit Amrani. Ich würde es nämlich gerne sehen. So, da sind wir nochmal kurz wieder. Ich habe gerade gesehen, Amrani hat soeben ein Angebot von United bekommen. Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass wir da mithalten können, würde ich es dann nochmal probieren. Wir müssen hier selbst jetzt wieder erhöhen, weil... So ist es halt im FM. Aber ich glaube, da wird dann nichts mehr gehen leider. Und wir machen dann Jorge Perez fix. Weil ich glaube, es ist auch noch zu früh. Aber wer weiß. Vielleicht haben wir ein kleines Wunder. Vielleicht aber auch nicht. Gerade zwischenzeitlich kamen noch... Nun, Jess und... Ah, wer war der andere? Irgendeiner wollte noch einen neuen Vertrag haben. Muss ich erstmal mit den beiden reden. Es war... Ah, Barbara, danke schön. Die wollten dann keinen neuen Vertrag mehr haben, nachdem ich gesagt habe, Brudi, wir haben kein Geld. Genauso wie, ja, Sparta auf einmal viel, viel mehr Geld haben möchte als vorher. Man muss es nicht verstehen. Ach, ist ja eine Ausstiegsklausel. Ja gut, dann werden wir es schon irgendwie überstehen. Gut, er möchte wieder mit uns reden. Das ist ja ein kleines positives Zeichen schon mal. Dann gehe ich mal auf 30.000. Das hier werde ich rausnehmen. Da wird dann gleich erstmal hochgehen wollen, was komplett in Ordnung ist. So, das machen wir alles wieder rein. Dieses Mal lasse ich dann erstmal hier Champions League und so weiter noch stecken. So, 4.000 und 2.000. Das sieht okay aus. Länderspiel gehe ich ein bisschen runter. Machen wir mal 8.000. Torschatz und König, hatte ich gesagt. 300.000, glaube ich. Team of the Year ist immer 100 hoch. 100.000. Tor und Vorlage gibt 8.000. Ich gehe mal doch auf 32.000 Euro hoch. Ja gut, okay, das hat sich dann endgültig erledigt. Der Berater ist irgendwie anscheinend auch ein bisschen bescheuert. Ja, dann gut, ich glaube gegen United hätten wir eh keine Chance gehabt. Aber dann geht Driss Amrani zu Manchester United wahrscheinlich. Und wir werden Rocha Peders holen, um ihn dann direkt wieder zu verleihen. Jo, das war es also für diese Folge. Nächste Folge geht es weiter und dann wahrscheinlich schon mit Testspielen und so weiter. Ich glaube nicht, dass jetzt großartig noch was passieren wird. Ansonsten reiche ich euch das nach. Also, bis dahin. Tschö.